Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Battlefield 3 mit James. Kein Bock mehr, Alter. Kein Bock mehr. Echt jetzt? Halt's auf. Ja, ne und Hunde. Keine Ahnung, die sind besser. Das Katzen. Hunde vs Katzen, wer gewinnt? Schreib's doch in die Kommentare. Einfach nur schwachsinnig. Was? You have been balanced because your team joined... ...and you joined the team later. Last. Wer ist Team Bischitz? Bei den Russen. Und du? Bei den Armys. Klar, das ist doch behindert. Hey, warte auf mich. Super. Oh. Da will wir. ich hasse das gibt es ja ganz genau also mit panzer ganze zeit am eingang um campen und dann ist er einmal da und dann komm ich raus und dann stehen da 20 30 leute ein knall nicht ab ja nur kampf umfähig gemacht habe mich selbst aber geklärt mein gott 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 kiosen wie ist es hello benjamin welch wie kann man sich heraus benjamin nennen alles spaß die es ist level 97 und ja level 100 und da und kein leben lieber benjamin fick dich einfach in den ausschreiten du hast kein leben schon wieder guck der hat echt kein leben ich finde james ist echt ein name für ein butler trotzdem kein leben dieser scheiß benjamin aber du mein butler kein leben hast du benjamin keinst der weisheit der leben genauso wie wenn ich wieder tot 47 dieser huren bock von sanitäter kann mich nicht wiederbeleben wir machen damals gleich mal team kill aber leute sowas geht gar nicht wenn einer meint er muss sunny spielen aber dann niemanden wiederbeleben können zudem gehe ich jetzt extra hin und gebe vor ihm headie ich stehe extra vor ihm hin und gebe ihm jetzt am verdammten headie da alter verpiss dich naja da naja da so mit sauberer arbeit das einsatzviel wurde erobert mit sauberer Weiblich wär's halt nicht deine Eltern. Entweder Alexandra... So... was ich glaube. Alexandra Digga. Oder... Jas... James... Jasmin oder so. Jasmin. Aber Alexandra find ich irgendwie geiler. Papa, ich hab meine Tage. Alexandra, hör auf mit dem Scheiß. Achtung, wir haben einen feindlichen Leichtpanzer gesichtet. Was können die hier eigentlich? Alexandra. Ich hab echt keinen Bock, wenn ich kack grad nur noch hab. Auf Alexandra. Ach, mir reicht's, Alter. Ach, mir reicht's, Alter. Das war natürlich geskillt jetzt von mir. Ich hab alles vorhergesehen. Was? Dass ich grad in so einem Jeep war, geschossen hab. Genau in dem Moment, wo ich ausgestiegen bin, ist mir noch einer vor die Flinte gelaufen. Den hab ich gekillt. Das war alles geplant. Nein, von hinten... Den... Den... Oh mein Gott. Ach, du hast 100 Punkte mehr als ich. Echt? Bist voll der Nu. Wir haben gerade das Einsatzziel neutralisiert. Punkt. Oh, wollt ihr mich verarschen? Hey Mann, sterb mir die Munition! Scheiß, Benjamin, Alter! Benjamin, du leber Elefant. Kann sprechen. Türe! Beth... Ey, ey, ne... Fettzack! Benjamin! Wir wollen dich gerne sehen! Den Fettzack, den will ich nicht sehen, den will ich wenn... Unterm... Wie geht's noch mal weiter? Deine Erde sehen. Wir wollen dich gerne sehen. Bla bla bla... Ich wette, es war, wir wollen dich gerne sehen. Komm mit uns mit, dann kannst du ganz viel abnehmen. Bin ich mir sicher. Aha. Oh, Amy. Sie guckt mich gerade richtig blöd an, hat in ihr Vorderpfoten eine Socke von mir eingeklemmt und zerfetzt sie gerade mit dem Mund. Ähm, ja. Alter. Ich krieg gerade voll die Krise. Wo bist du denn? Kaum zocke ich mit dir zusammen. Ja, ja, das ist es immer. Ja, ja. Wo bist du? Irgendwo im Nirgendwo. Darf man hier eigentlich mit dem Fahrzeug jemand kippen? Ja. Och, das war dumm. Jetzt hab ich C4 vorne auf mein Fahrzeug gemacht. Was kommt? Einer schießt mit Raketenwerfer auf mich. Boom. Boom. Ach, Gott. Ist Justin nicht irgendwie weggefahren in die Ferien oder so? Ja, aber der ist schon längst wieder zurück. Einer schießt mit dem Fahrzeug. Mhm. Muss ich ihn mal fragen, was er... Was er gemacht hat in seinen Ferien. Gezockt, gezockt. War eine Woche im Urlaub. Gezockt, gezockt. Alter, die ganze Zeit... Also ich hab jetzt... Muss ich zwar auch sagen, in den Ferien fast immer abends gezockt. Aber auch nur abends, nicht tagsüber. Da war mir jetzt einfach zu warm. Und ich hab Amy Schwimmen gemacht. Sie schwimmt wie so ein umgedrehtes Motorboot. Ein umgedrehtes Motorboot? Ja, weil sie schwimmt immer so... Du weißt ja, wie Hunde normalerweise schwimmen, ne? Mhm, ja. Sie schlägt immer zu doll mit ihrem Vorderfoten, dass die immer rauskommen und dann platscht das immer so. Also zieht die zu weit hoch und dann platscht sie die ganze Zeit und dann immer so... Schwimmt sie dann durchs Wasser. Dann geradeaus. Als ein umgedrehtes Motorboot. Alter, stehen die da einfach wie so, 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 auf die Köpfe. Hier hinten steht zum Mörser-Trupp. Oh wow, ich will euch nicht töten. Bei euch oder was? Ja, unser Mörser-Trupp ist da. Kein Wunder, die ganze Zeit kommen nur noch irgendwelche Mörser-Angriffe. Das Wasser hat es jetzt damit zu tun. Leck dich doch echt. Leck mich doch, was heißt das? Ich leck dich doch. Leck dich, Alter. Leck deine Eier. Meine beschissenen, verschrumpelten, nicht vorhandenen Eier. Aha, wie soll das gehen? Meine beschissenen, verschrumpelten, nicht vorhandenen. Das nicht vorhandenen hat deinen ganzen Wiss wieder weggemacht. Oh man, die kann man immer noch so leicht auf die Palme bringen wie früher. Finde ich gut. Leichtpanzer, feindlich. In hauen Gebiet, over. Ach ja, ähm. Es gibt jetzt bei Mediamarkt, das wäre vielleicht was für dich. Das ist so ein Battlefield-Pack, das ist so eine Art DLC. Äh, und das heißt Skill-Pack. Und das ist für alle, die ich spielen könnte. Und dann wird automatisch auf den Kopf visiert und du kannst es mehr aushalten an die Eier-Den-Modus. Nein. Das ist für dich, oder? Cool. Solltest du dir mal überlegen. Cool. Vorher, mir ist so ein Scheiß-Hole, höre ich lieber auf mit Battlefield. Ich würde so lustig finden, wenn es sowas geben würde. Na ja, mir ist ja auch heiß. Warum gehst du um fünf los? Weil du um sechs wieder Laden zumacht. Und ich bin jetzt zu faul zum Gehen. Weil sonst... Mach ich mir nämlich gleich was zu essen. Und Kami muss nämlich auch noch raus. Da würde ich das jetzt gleich machen. Dann könntest du ja dann losgehen. Bin gerade noch viel zu faul dafür. Ja, nach der Runde. Nicht hier zu faul. Ich nehme ja noch fleißig auf. Und ich kann die Map-Pack schon mal runterladen. Ein feilsicher Leichtanzer, wo den Raum-Morparationsgebiet ist. Aufwassend. Na, Emi. Oh, jetzt ist sie wieder weg. Nein, die nicht hier. Na, du. Ich war letztens mit Emi bei Justin. Also bei dir. Und eure Katze hat sich versteckt auf so einem Baum. Verständlich. Verständlich. Ja, aber vor so einem coolen Tier, wo es mit einer Angst hat. Ähm, ja. Ich sag jetzt mal dazu nichts. Das war dumm. Kommst du wieder nachgedroint? Äh. Mal gucken. Aber sollte noch. Hier sind noch Plätze. Hier sind noch Plätze frei. Wir haben einen feindlichen Panzerjäger in eurem Einsatzgebiet gesichtet. Was gibt's denn damit zum Essen heute? Na, ich weiß nicht, ob ich mir Würstchen oder Pizza machen soll. Ach, Emi. Ist du allein daheim, oder was? Hm. Also ich bin schon seit zwei Wochen oder so alleine, halt nur mit meiner großen Schwester. Wieso? Aber das zählt ja als alleine. Allein ist ja immer nur, wenn die Eltern sind, dass das nervige, der Familie nicht da ist. Na, meine Brüder wären auch mehr nervig. Ja. Ja, meine Schwester ist jetzt nicht nervig. Wahrscheinlich hast du irgendwo in den Keller eingesperrt. Meine Schwester, ne, die ist arbeiten, ich werde heute zu ihrem Freund. Ach so, die, ach so. Nein, die kleine, da hätte ich auch. Dann hätte ich auch noch einen Hunde rein zu Hause. Und halt meinem Hund, aber... Dass der noch lebt. Was dachtest du denn? Das war behindert. Hunde können so eine Entzündung bekommen, also Welpen, weibliche Hunde-Welpen. Und das hat Emi. Und das ist, dann eitert das aus ihrer Fotze. Und das haben die jetzt so lange, das ist selten, aber das haben die jetzt so lange, bis die das erste Mal ihre Tage haben. Und dann kommt das erst raus. Das ist voll scheiße. Ähm, ja. Ja, aber du musst nur noch mal die Hintern abwischen. Ähm, ja. Wo bist du? Welches Team, oder wo ich... Welch, wo bist du? Ich bin bei den Russen, ich bin jetzt gerade bei... Ähm, greif gerade eh. Eh. Ähm, wo ist denn... Oh, sie ist im Tunnel raus und wir werden ganz schön zurückgestrichen. Alter, wollt ihr mich verarschen, ihr stirbt alle? Oh, ein Schuss hat der nur gebraucht. Einen einzigen Schuss. Wird hier nochmal angezeigt, ob das ein Headshot war. Mit dem... mit so einem Ziel... Ziel... äh, so einem Pfeil. Steht das denn unten? Also da... Und da steht, wer einen getötet hat. Achtung, wir haben das Einsatzziel verloren. Wir haben das Einsatzziel verloren. Oben. Fuck. F***. 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 Ja, hab ich. Fandest du es nicht so gut? Nein. Ich wollte eigentlich von hinten reparieren, aber... Mein Gott. Dann halt nicht. Ja, ich bin ja schon gestorben. Aber war eine gute Idee, oder? Wow, Gegner, Gegner, Gegner! Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war's gut. Sorry. Oh mein Gott, das war's gut. Scheiße. Was, im Gottesnamen war das? Tu es nicht. Du... Du weißt, vielleicht schon, du wirst jetzt gleich gekekt. Oh ja, stimmt. Einmal darfst du noch. Ja, einmal darfst du noch. Ich wurde wiederbelebt und bin gestorben. Achtung, das Einsatzziel wurde erobert. Was, was, wo? Hey, ähm, boah, die Charaktermodelle sind so schön. Ist ja unglaublich. Wow. Ist ja wunderschön. Oh, Teamkill 3. Oh. Du hast drei Teamkills gehabt. Stand da oben. Ja, von vorn noch. Irgendwieso bist du nicht gedankst worden? So ein hoher Bug. James Diggins wird nicht gekillt. Oh, ich hab den Namen gesagt. Ja, ja, ja. Tch, tch, tch. Da ist einer. Was, wo? Was bist du denn? Da hinten. Oh Gott, ich leg dir hier im Muni hin. Das sind, glaube ich, sogar mehrere, warte. Panzer. Ich versuche, ihn zu kriegen, okay? Gibst du mir ein bisschen Rückenbeckung, wenn du noch blöd? Ich bin tot. Ja, dann machen wir es nachher so. Nach der Runde gehe ich noch schnell was einkaufen und du... Was? Nein, ich habe dir gar nicht zugehört. Du redest immer nur Schwachsinn. Ja, können wir machen. Und dann versuche ich schon mal... Was meinst du, welche Maps-Packs sind am wichtigsten? Weil alle kriege ich nicht. Back to Karkant, Hascha drauf. Was gibt's noch? Close Quarters, Armored Killed, Endgame. Das war's, oder? Ja, dann mache Armored Killed und Endgame. Ja, die kriege ich beide, die haben sechs Gigabyte zusammen. Eins kann ich. Alter, schon wieder Battlefield-Up-Kick-Kackt. Oder maximal zwei, wenn ich viel kriege. Aber nur, wenn ich Close Quarters habe, dann nur zwei Gigabyte. Mach einfach Armored Killed und Endgame und dann gucke ich halt so lange Filme an oder so. Bin ich enttäuscht von dir. Ach, ich schnauze. Armored Killed. Bist du noch drin? Ja, je. Oh, ich gekickt. Oh. Ist das warm, ihr Wün? Ich spawne, ne? Bei keinem Mitglied. Ich spawne einfach so. Fahne mal direkt vor mir so ein leichter Panzer. Bam, 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 bam. Minions. ich bin gestorben so die runde ist vorbei ich bin natürlich wieder besser der jenster nämlich hatten null Punkte haben wie schwer du schwachen Wort ja wer ist das Schwachmate Gruppe Busen der Hund jetzt schon wieder da nicht da Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal